hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürme und heute gibt es das nächste türchen des bia trends kalenders ja heute mit den 17 dezember und wir öffnen das 17 natürlich natürlich das ist hier ja dann schauen wir mal hinein also der kalender wird schon ziemlich leicht jetzt ist auch gut so der war nämlich ganz schön schwer am anfang na komm raus ja so wir haben hier sternburg export aus leipzig schon wieder so ein leipziger bier wie viel promille hat 5,2 promille ja eröffne ich das mal und dann probieren wir mal export habe ich schon mal export bestimmt habe ich schon mal export aber hier das nicht weiß ja nicht vielleicht kennt kennt jemand von euch hier sternburg export so ich bin mal gespannt ja also mein bier ist es nicht export das ist ein bisschen bisschen zu herb ich bin mal gespannt was hier noch so drin ist ich könnte ja gucken hier hier unten auf dem boden da steht drin was dafür bier sollten drin sind aber ich will ja nicht die überraschung verderben aber das hier war nicht gut also ich glaube nächstes jahr gibt es mal kein bier adventskalender darum überlege ich mal was anderes ja auf dem anderen kanal bei stimme in op zeige ich den matche text adventskalender falls ihr euch dafür interessiert schauten ihr schaut ihn euch an da würde ich sagen wir sehen uns morgen zum 18 türchen und ja dann würde ich sagen bis morgen und auf wiedersehen